Beleuchtung im Garten, Beleuchtung am Haus außen. Hier geht das Motto, weniger ist mehr. Es wird Ihnen gedankt, einerseits ist die Stromrechnung niedriger, andererseits ist der Nachbar froh, aber auch die Tiere der Nacht sind froh, wenn es nicht so hell ist. Wenn Sie beleuchten, so verwenden Sie bitte effiziente Technik, also LED-Technik. Wenn Sie beleuchten, so bitte diese bedarfsgerecht ausführen. Das heißt, Gänge und Wege mit sogenannten Präsenzmelder steuern, dass nur dann Licht ist, wenn wirklich das Licht gebraucht wird, weil jemand unterwegs ist und nicht die ganze Nacht. Wenn Sie Effektbeleuchtung, also Gebäudebeleuchtung machen, überlegen Sie, wie viel brauchen Sie wirklich, wie viel wollen Sie wirklich. Und wie lange muss es im Betrieb sein? Reicht es bis Mitternacht oder muss die ganze Nacht das Gebäude beleuchtet sein?